Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern. Zweite Bundesliga 2022-2023, dritte Spieltag. Kaiserslautern gegen FC Saar Pauli, Ergebnis 2 zu 1. Startelf, Kaiserslautern. Lute, Durm, Tomiak, Kraus, Zug, Ritter und Kleinsorge, Neuhaus, Zemeer, Wunderlich, Hanslik, Demenzbeut. Startelf, FC Saar Pauli. Samaras, Salakas, Fani, Radic, Parada, Eremu, Elfine, Hartel, Bukhafa, Trechner, Ekelstein. Das war's von Kaiserslautern gegen FC Saar Pauli. 19 Uhr 52.